Prozent Prozent aber ich bin aufgestanden endlich endlich Prozent mir geht es nicht gut ich muss Schatz ich muss leider noch mal raus ich komme gleich so ich gehe mal in mein Auto naja ich gehe mal zurück also ich gehe zu meiner Arbeit ich habe eine da gefunden habe ich gelesen da gibt es anscheinend eine Arbeit naja wir gehen mal Arbeit Hilfe hier sind Zombies ich bin wieder zurück gekommen warum sind hier Zombies Hilfe ich muss meine Frau retten geht weg Zombies geht weg zuerst bin ich hier als erstes sicher als erstes musste ich mir ein Schwert bauen ich muss mir ein Schwert bauen damit ich die besiegen kann ich muss es schnell bauen schnell 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 und ich muss mir auch eine Rüstung finden die ich mir selbst machen muss so als erstes Werkbank so hier hin zack ich tu mein Geld ganz kurz in meinen Taschen so dann nehmen wir ganz kurz das dann noch ein Holz noch ein Holz dann haben wir ein Schwert so so dann haben wir ein Schwert jetzt muss ich so meine Frau retten komm der Zombie nein mein Auto jetzt dürft ihr nicht kaputt machen Schatz Schatz was ist hier los was ist hier los du hast doch Essen warum sagst du mir nix was warum hast du mir nix gesagt du hast Essen ich reale euch oh sorry dass ich dich gerade geschlagen habe aber guck guck jetzt ich muss jetzt gegen die Zombies kämpfen kommt her ö ö ö ö ö ö ö ö kommt her kommt her kommt her kommt her kommt her kommt her gibt es hier noch jemand komm her komm her komm her Baby Zombie so Schatz wir müssen gehen es reicht wie du willst nicht warum willst du hier nicht weggehen die sind Zombies überall da sind komische Kreaturen und du willst nicht weggehen wir sind doch verheiratet du darfst mich doch nicht allein lassen warum willst du mich allein lassen ach weißt du was ich lass dich einfach du bist keine echte Frau du bist eine Schande ich mag dich nicht mehr ich mach eine Scheidung gegen dich warte ab ich scheide mich gegen dich Scheidungspapiere ist raus raus aus mein Haus das ist jetzt mein Haus raus 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 oh ja der wurde betäubt naja da wohne ich halt alleine naja jetzt muss ich gegen mich alleine kämpfen warum kriege ich Schaden jetzt muss ich mich selber ernähren was ist mit diesem Dorf los was ist mit diesem Dorf los diese Dorf ist richtig komisch was ist das was ist das hallo sind sie nett ah 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 hilfe ah ah hilfe hilfe ein komischer Kreatur verfolgt mich ah 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 ich bin getroffen ah 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 ein Schaden ein komischer Kreatur verfolgt mich hilfe ist hier jemand irgendjemand was ist mit diesem Dorf passiert es wurde zersprengt oh nein ich muss weiterfahren das ist nicht gut das ist wirklich nicht gut das ist gar nicht gut nein trifft nicht so ich muss jetzt dahin gehen so jetzt gehe ich hier hin so so Wouter warum steht da Wouter oh nein hier ist ein komischer Kreatur ah nein 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 ich muss von diese Stadt weg gehen ich muss von alles weg gehen es ist zu gefährlich hier ok ich muss jetzt nur noch hier hin fahren also dahin muss ich nur noch fahren ok ok wow was ein Haus oder ein Villa wow ich fahre mal nach oben oh oh nein oh nein das sind auch solche Kreaturen oh nein nein ich muss essen schnell die Tür aufmachen schnell ich muss ok ich muss glaube ich einbrechen warte niemand guckt oder können sie mir helfen können sie mir helfen nein 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 komm nicht zu nah nicht weh ok ich muss aufbrechen ade warte 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 tsch 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 anscheinend ist das Tür jetzt ein bisschen kaputt aber ich kann es wieder reparieren wow alter was ein Haus wow hallo gibt es hier jemanden der besitzer der besitzer von dieses haus wieder ist weg der wird seit fünf jahren gesucht alter warum ich hier drin bin mich verfolgen zombies als ob dein boss durch zombies gestorben sind ich kenne dieses gefühl könnte ich hier bitte bei euch bleiben bitte ich flehe sie an bitte bitte ok dankeschön darf ich mal hier umgucken ne ok soll ich geh mal runter oh was ist das grab choice heißt das ok was ist dort drin grab jam um 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 ok ok kirk 2 sind und ich essen die nehme ich mal mit er fällt sich informat kein Essen oder so hart dann habe ich ja hier essen extra so hier nehme ich essen und da essen so jetzt habe ich sehr viel essen ich bitte das ist ein Essen ich hoffe naja wie sie ich sehe mich mal hier um ich gehe mal nach oben so nein ich hoffe teil 2 hat euch gefallen vergiss ich schlag das hast du und mich zu abonnieren dafür können sie mich umschützen schau mal ein bisschen wenn ihr mehr davon so lasst dann merkt er abonniere 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 abonniere